Ich habe wie immer Glück im Leben. Da hat mir in Argentinien gesagt, ich soll hier unten angeln gehen. War eine scheiß Strecke, wie man sieht. Aber, das hat sich gelohnt. Ich werde noch einen Tag hierbleiben. Und jetzt gibt es Fisch satt. Zwei reichen mir, aber das ist ein guter Abendbrot. Da brauchen wir auch nichts dazu. Aber mit einem Möckchen echt Schweinejagd. Weil hier ist im Umkreis keine Ahnung. Jetzt kommt alle Jubeljahre noch vorbeifahren. Das war vielleicht gerade der, der mir gesagt hat, ich soll da unten angeln gehen. Ansonsten ist hier Schwein im Walde. Ich hätte weit laufen müssen, also ungefähr 15 Kilometer, um bis eine Hauptstraße zu kommen. Und dann jemand, der mich kriegt, um den Unimog da raus zu ziehen. Aber mit einem Möckchen hat das alle geschossen. Das ist schon eine Nummer. Carla, geh mal. Also mit Sperren bin ich rausgekommen. Ohne, nur mit Vierrad war ich drin. Also mit einem Knied vom Boden. Das war die Dauer.